ARD Text im Auftrag von Funk 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 Prozent um ein Gott er kennt sich selber auch schwerst du denn nicht groß waren ab ich ja genau an den kaltblübigen ist ja du bist so behindert Junge die Karten heute ein Geräuschen ja ich muss auch richtig krass Prozent das heißt man ja immer noch in die Wand bei der Seehofer ganz ruhig ich hab ich soeben voll am abkacken genau so wie Justin ey ihr müsst doch ey Justin Tico Mott hat eben sein Controller geschrottet indem er gegen die Wand bauen hat man hat nur noch die müsste dabei sein da habt ihr hättet ihr richtigen Harten bekommen ja aber bei Pesju ist zu dumm umziehen zu rekorden du warst noch nicht mal der Party in dem Moment ey was am Ende am Ende höre ich nur noch das Knall davon welcher Busch Neger hat die? Alter Pave du bist so dumm wie Brotbauch hast du die zweite Bombe gelegt Junge ja damit die Runde schnell vorbei ist was laberst du mal wir haben 24 Runden Junge wir zerbersten die ja deswegen ja schnell vorbei ich will schnell gewinnen ich will mal weiter ich will schnell gewinnen warum wollt ihr nicht gewinnen wir brauchen einen Sieg auf unserer Liste Alter wir spielen gegen neun Bots Rekrut und ich hab 8 zu 2 was für Bots Digga das ist online ladest du mal naja ich bin hey der Zübding guck mal online lass dich mal bei B durch ja genau lass dich mal bei B durch OH DU NAZI er schlürmt durch Schild ja warum ist er so dumm warum warum ist er so schrecklich erzähl warum ja er zuckt mit Fernlenk die Ahnung nein das war auch Vorräte ja warum zockst du mit Vorräte ja ich hab 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 eiskalt meint der so zockt er nicht mit Fernlenk nein ich zock mit Vorräten das ist nichts besser Junge das ist das ist das ist 2 Hör auf mich zu Momnen Hör auf mich zu Momnen nur weil ich fett bin ich kann nichts für meine Fett heißen du bist fett AHHHHH DU BIS FETT AHHHHH Ihhh schnell weg mit dem ich hab jetzt hab ich einen Wächter gelegt ja ich hab einen Wächter könnt weiterlachen ey David ja wenn Philipp das sieht Philipp an dich du bist fett ich hab damit nichts zu tun mein Anwalt hat das geklärt ich bin rechtlich geschützt Junge ja wenn wer das sieht Philipp ist dumm aha what the Philipp 4th Rainbow 4th Rainbow Alter ohne Scheiß ich snipe grad mit DSR Schalldämpfer und schnellstes Magazin hab ich aufgehoben Scheiß Magazine Achtung oh da kommt ein Johnny aus mir raus oh das wird schön für die Abonnenten zu sein er musste vorher noch so hey Junge ich mach Black Screen Junge ich hab Aim-Mod an also also für Mod Menüs in Black Ops 2 zum Downloaden ohne Jailbreak schön wegs Dual Patch besuchen alles am Start und so ich verkaufe 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 ich verarschen ich mach Werbung halt die Schnauze für ungewandte PS3 IDs 10 Euro Paypal oder Aral Gutscheine hey 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 alle Abos von mir Abos von mir alle Abonnenten von mir für das Abonnenten Special musst du ein bisschen warten ja kein PS3 da das von mir einfach Boss ist und meine PS3 gebannt hat ja warum ist so nicht Boss den Spruch check ich nicht jetzt Ironie in dein Leben ne bei mir ist alles ne Ernst Junge ich kacke sogar mit Ernst der das war erotisch gemeint erotisch das war erotisch gemeint das war erotisch gemeint auch das war erotisch gemeint d hey Digger der Arme, der kassiert, der versteht nicht Erotie Erotie? Erotie Ey, ich bin Haftbefehle, ich erfinde neue Wörter Alter, habt ihr das Video angeguckt, was ich euch geschickt hab? Ja? Zur Seite mit dir! Werb, wir machen Werbung für Haftbefehle, seid mal leise, der kriegt dann sein ganzes Fame ab, man Ist so, okay, also, äh, ich verlinke mich, 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 äh, ich verlinke mich Oh, ich hab ihn, ich hab ihn, unglaublich Fatal Prince, falls du zuschaufst, du bist ein Hurensohn Ja, und du kannst auch mal aufhören, mit dem Space, weil die ganze Zeit das ist einfach so Ja, ist echt so, Mann, du hast keine Freunde, du bist ein Bauer, Junge, geht deinem Vater beim Pflücken helfen Hä, wie Leute? Wo, Junge, wer von euch hat orbital, nice, Junge Stell das YouTube, Mann Ey, wer recorded? Ich record alles, Junge Ja, ey, du musst mein Gameplay recorden, Junge, ich hab 24,5 Ja, hallo, online, wir spielen gegen Veteran online Ah, du Hansal! Scheiße, ey, willst du jetzt, willst du jetzt echt die ganze Nacht rekorden, und dann machst du so und 10.000 Stunden Special, so weißt du, wegen deinen 10 Abonnenten da? Nein, ich mach nach der Runde, äh, also, wenn ich, hundert zum Spielsack, dann ist das gar nicht oder 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 du kannst nur hacken und hast sonst nicht Geld so wie Pei du hast erfasst wo es immer aufbauen aber tollpächer so konnte dir spaß nachfügt mann alle ich bin da voll am zocken ich kann nicht er noch keiner fragte ich zu den zu den ich zu den bleib nach meinem Kriegsmaschinen erhältlich ja ich könnte jetzt lachen ja ich habe jetzt vorgelegt und ohne du zockst mit Drohne ja Junge ich habe mir den Scheiß nicht eingestellt ich bin am Anfang zu fünft gewesen und irgendwie sind jetzt nur noch drei weil Justin eingeschlafen ist ja ich bin eingeschlafen Digga normal Justin schläft immer ein nachdem er sich einen heruntergeholt hat das ist so seine Macke ja klar Digga hallo war auch so was zu sagen weil das ist nicht gut wenn du da so auf einmal hast ey hör auf deine Zuschauer zu beleidigen ok die können auch nichts von ihr alter ja die können auch nicht für uns in ihre geburt ey oh ich gebe ihm mal bitte boah ja man aber musst du alle zerziehen ne du musst bei jedes zweite Woche zu piep 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 also ich erspare dir mal das piepen fave du kleiner piep die die wenn wir auch auf jeden channel für uns hochladen ja normal ja mit meinen 6.000 ja mit meinen 6.000 6.000 ja sag doch pav alter nein pav jetzt nicht gerne ne ey pav so dumm schreibt der mir so ruf an und dann so eckige klammern skype nein nein haustelefon 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 dann junge schnell haustelefon haustelefon er kann dieser von Thai Print nicht mal rausgehen ist echt so voll nein was hat ja nur weil wir fähig sind alter fähig heute Jörg wenn ihr die geilste safety ever haben wollten dann die stars abonniert extra page ja pfff pf 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 g Wir haben einen wir haben five und Trailer zu Gründer aber er hat auch das Wettbewerb über ein paar Einbrüder vorgesehen mit aufbauen und Prozent nur auf der Stelle durch meine Lache als MP3 zu beurteilen er hat das wird nur die 14 Euro er hat er in das ist wenn er sich auf den ITunes rauskommt von deiner lache auf itunes weil er ist jetzt schon der beste allerdings der beste ist der beste somptrack den es gibt 2014 ist ein album angedacht wisst ihr die tour startet auch mit dem ja luke ja oh my god mach mal live mach mal live ja wer soll das jetzt machen er soll ich euch mal was sagen es ist noch mal nachgejolt mit zweiter der zockt bestimmt mit seiner mutter der bruder ist der zwölf ja guck mal wie du er ist er ruft mich jeden tag skypern und dann redet er er redet so lange wie ich gerade er redet so lange ist er wieder da ja die ganze zeit schon gar nicht schreibt durch die ganze die schreibt die ganze alte schloss ich getrat ich habe ich hatte er 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 das ist ein geschrieben bei er meintest du so ruf mal an und dann in klammern skype nein haustelefon die stelle ja ich weiß nicht mehr kann ja sein dass mich noch privat anrufen willst und gerne nachfragen wollen hr ja ok ja ja wer reden kann ist klar ein vorteil es war schon diese nacht von der du gerade erzählt hast aber ja vielleicht willst du einen und kam weg ein comeback ein ein paar spät wie zu tief drin alle müssen rausstoßen genau nicht so dass er so werdet wie Tico und Kampschott bekommt ältig war aber aber arbeit ist als ich möchte er 1 Ich will dich in deiner Fresse, ne. Just me in deiner Fresse. Die Horned Bypass überhaupt noch. Also an alle, unser neuer Clan Hack Spruch ist I just you in my face. Und wer versucht den zu toppen, ne, wir werden ihn so dislike botten, ich schwöre auf Alana. Was, du subbotest? Der Klartik ist tschüss, ne. Nein. So ein 5er Patch machen, so und dann so. Ja, schickt mir eure Dings, eure Dings voll Idioten, wie weiss das. Eure CFGs oder eure richtigen Patch und nicht Pucks, in ein Patch rein und konvertieren es und so, weiss du. Ich kenn mich mit aus. Alle abonnieren, alle abonnieren iMXPay wie Youtube, wie wisst, ne. Ja, ist klar, man hat die Fresse. Also wenn ihr mich unterstützen wollt, dann ich nehm Shell und Aral Gutscheine auch mal an. Ich nehm auch Gutscheine von Edeka an. Da bin ich doch. Dein 100 Abos Special war Aral Gutschein 50 Euro. Jungs, 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 Jungs. Jungs, Jungs, Jungs. Ich nehm. Ich war da. Ich war da nach. Ich hab so oft Kommentare geschrieben, damit ich's gewinne, Junge. Und Jungs oder Mädchen haben, ich glaubst euch nicht, was deine Mutter hat's gewonnen, ne. An alle, jetzt nehm, ich nehm nur Dönerstempel, mehr ist es nicht. Dönerstempel. Ich nehm nur Dönerstempel. Ja, ich will auf welche. Ich schwöre. Ich schwöre. Ich brauch Dönerstempel. Ich schwöre. Alter, Aral. Ich höre. Ich höre. Oh Multi. Oh. 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 Oh Leute, anhört mal auf die Bombe zu platzieren, ihr Idioten. Ich hab Clip, Junge, für meine, äh, Montage, Junge. Montage? Ja, ich mach ne, ich mach ne 2000K Montage, ich fang jetzt schon mal mit den Clips an. Ich mein, weißt du wie schnell die 2K kommen, Junge? Die kommen locker in einer Woche. Gefühlt da eine Woche, also es kann auch früher gehen? Gefühlt? Es kann auch früher gehen. Kann auch später gehen, aber das ist richtig selten, dass später gehen, ne? Ich weiß echt nicht, warum wir eben so abgegangen sind. Ich will noch mal so lachen wie eben, Junge. Was ist denn eben passiert? Was war denn eben anders? Ich komm ins Game rein, bin besser als... Ach nee, ich bin dann ins Game reingekommen. Du bist in die Konfi reingekommen, du bist spannend. Nein, ich denk grad so, hä, ich bin ins Game reingekommen, bist schon wieder Beste? Vor allem die Zeit der Pumpe. Nee, nee, nee. Guck mal, meinst du? Also Leute, wenn ihr Black Ops 2 Mods haben wollt, wir haben hier grad einen übelsten Mod gehostelt von Vex Ray. Vex Rays bester Mann, Alter, ohne Scheiß. Er hat grad den Mod drauf, dass man Unlimit Bombenzeit hat. Das ist jetzt echt kein Witz, also wir lachen einfach nur, weil wir dumm sind. Wir lachen einfach nur, weil wir dumm sind. Also ich, xdpx, ne, bin übrigens Tico, Tico, Tico Mods, ne, ja. Äh, das ist schön, dass wir nicht die PS3 recorden, ne, du bist so ein Behinderter. Pfff! Er sagt seinen PSN-Namen, er sagt seinen PSN-Namen, du bist so behindert, Junge. Ja, also Leute, dann wisst ihr schon mal, wen ihr nicht adden sollt. Ja, spammt einfach nur Pave zu, dann bin ich zufrieden. Auf ESN, auf Skype, auf UGIS, ich schicke euch dann den Account von UGIS. UGIS! Boah, Alter! Da ne mal da tschüss dich, Alter! Boah, Jungs, Fernlenkladung, alle aus dem Weg! Alle aus dem Weg! Guck mal, Pave! Wo soll ich hingucken, Junge? Wie sagst, guck mal, wo soll ich hingucken? Ja, ich fahr unter dich. 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 Ich fahr unter den Rock gucken, Junge. Ich hab einen Schrottenrock an. Ein Rock. Boah, jetzt wird die driftet hier. Dega! Geht das ein 200 Plus Gameplay? Niemals. Das hab ich noch nie auf YouTube gesehen. Ey, ich hab mich kann nicht mal auf WhatsApp ein Bild schicken. Pave, du musst mir... Ja, egal, lass mal so eine WhatsApp-Gruppe aufmachen. Auf jeden Fall. Okay, hey, Ben, was? Ja, aufgeben. So muss ich das Spiel dafür beenden. Ja, weil es scheiße ist auch. Wenn er das Spiel... Oh! 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 Oh, rein. Oh! Depp auf da rein. Ja, dann mach die Barmung. Wex-Duell-Patch. 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 Abonnierst nicht ihr... Ein Maximalkiller ist hier. Mich sitze er vorrätig hier dabei. Hauptsache, Max hat ein Wort gesagt in der ganzen Aufnahme. 124.5, kann man so stehen lassen? 124.5, kann man so stehen lassen? Boah, das ist gut, ist gut, ist gut. 120 Abonnenten, Download-Link, schön abonnieren, also ihr wisst, wie es läuft. Ey, darf ich... Ja? Ey, Lass, das ist wie Richtung Bierfeuer hoch, ne? Kann man so stehen lassen? Der Pape schreibt mir so, Pape schreibt mir so, bei PSN, ruf an und in Klammern, Haustelefon. Ja, okay, Leute, haust rein, ich hoffe, ich hätt aus dem Bein. Oh, der ist weg, ey. Ey, wir nehmen gleich eh noch Folge, wir nehmen Folge 2. Hallo, Folge 3, wir schreiben, warum ist die... Ja, hallo, hallo, hörte mal auf, was zu schreien, ich will aufzuhören. Jetzt, ey, wir... Ey, wir machen daraus eine Staffel, oha. Ja, Mann! Oh, ja, Mann, so. Ey, das meine ich jetzt ernst, das ist eine gute Idee, eigentlich. Maximilian, hör deine Fresse. Machen wir so eine Staffel drauf. Fresse, Maximilian. Achso, hier, die... Maximilian, Maximilian. Also, Leute, nochmal als Info, Maximilian-Killer ist zu dumm, Maxim-Player zu schreiben. Ja, auf jeden Fall, äh, äh, war viele... Vor allem Maxim-Player, ja. Ihr habt das letzte Wort, aber bitte einbillen. Okay, ich hab das letzte Wort, die anderen, geht mal raus, Mann. Also, WeBuyPersue macht immer noch Real-Time-Modding. Ihr könnt, ihr könnt gerne die Paypal-Codes herschicken. Ja. Also, was für Paypal, Junge, Aral, Mann. Ja, und die Döner-Clips, natürlich. Ja, und die Döner-Clips, natürlich. Habt ihr auch die vom Kick? Habt ihr auch die vom Kick, Junge? Habt ihr nicht vergessen? Scheiße, ich hab auch von dir vergessen. Ja, und jetzt haltet die Schnauze, die Links von dem jeweiligen, weil die mir in der Skype-Funktion werden. Also, also, wenn ihr jetzt denkt, dass Hacker nicht spielen können, ne? Hacker können auch richtig spielen. Ja. Sonst habt ihr gerade auch nicht diese... Ich hab 150 zu 15. 197, 17, Normalstandard. Das ist online, das ist online. Ja, ich bin also nicht... Nicht wundern, dass das online ist, ne? Echt nicht wundern. Hallo, ist gut, jetzt haut rein, Leute, und like das Video und schreibt Kommentare. Danke, bis schön. Bis.